Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community. Herzlich willkommen zu diesem Video mit den astrologischen Tendenzen für den April 2020. Aus gegebenem Anlass bin ich diesmal verstärkt auf den gesundheitlichen Aspekt für euer Sternzeichen eingegangen und die Timecodes, wann euer Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Allerdings kann man viele gesundheitliche Aspekte nur am individuellen Horoskop erkennen und um euch da zu helfen, biete ich eine Kompaktanalyse per E-Mail an, den Vitalstatus und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und auch unten in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich auch ein Interview mit Medizinastrologin Petra Dörfert geführt, wie ihr euer Immunsystem fit machen könnt, indem ihr euren Mars stärkt. Das könnt ihr euch zum Thema auch nochmal anschauen. In der Verlosung des Monats könnt ihr diesmal ein Partnerhoroskop gewinnen, weil wir im April sehr schöne Frühlings- und Liebessterne haben. Die Liebe wird uns bei aller Krisenstimmung nicht abhanden kommen. Das zeigen die Konstellationen. Und hier ist die Gewinnerin aus der Verlosung im März. Gewonnen hat Sabine Quick. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sabine. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten Adresse bei mir, damit ich dir dein Horoskop zuschicken kann. Weitere Infos zur Verlosung in diesem Monat und was ich noch alles so vorhabe, gibt es am Ende des Videos im Serviceteil. Und jetzt kann es auch schon losgehen und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten und alles Gute für euch, wenn ihr im April Geburtstag habt. Gesundheitlich müsst ihr in den ersten Tagen des Monats etwas vorsichtig sein. Es gibt eine Spannung zwischen Mars und Uranus und die kann erhöhte Unfallgefahr anzeigen. Weil der Mars auch unsere Immunabwehr regiert, solltet ihr weiterhin vorsichtig damit sein, euch riskanten Situationen auszusetzen. Und achtet darauf, dass ihr genug schlaft und zwischendurch zur Ruhe kommt, denn der Aspekt kann euch auch persönlich gereizt und ungeduldig machen. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Am Freitag, den 3. April wandert die Venus in die Zwillinge, was super günstig für euch ist. Und dort bleibt sie vier Monate, weil sie in den Zwillingen rückläufig wird. Während der ganzen Zeit wird sie angenehme Aspekte zur Widersonne bilden. Deswegen freut euch auf Frühlingsgefühle, gesellige Gelegenheiten, falls möglich, und wenn ihr noch Solo seid, deutlich gesteigerte Flirtchancen. Es besteht ja auch insgesamt von den Konstellationen her Hoffnung, dass wir bis dahin wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können, sodass ihr diese schönen Aspekte auch hoffentlich ausnutzen könnt. Euer Herrscher Mars und auch Saturn stehen jetzt jedenfalls günstig zur Widersonne. Das heißt, ihr seid produktiv und dabei auch noch kreativ. Falls ihr aufgrund der Coronavirus-Krise in Schwierigkeiten geraten seid, dürftet ihr damit rechnen, dass euch auch etwas Gutes einfällt und dass nun einiges wieder besser läuft. Der Vollmond am 8. April betont eure Beziehungen und könnte ein Anlass sein, euch wieder mehr auf eure Herzallerliebsten zu fokussieren. Denn es kann gut sein, dass ihr in diesem Monat auch sehr stark mit euch selbst beschäftigt seid und die Bedürfnisse des Partners ein bisschen aus den Augen verliert. Für Solo-Widder dagegen ist alles Dufte. Ihr könnt Gas geben und flirten wie die Weltmeister und wenn es nur per App ist. Am 10. ist Karfreitag und am 11. wandert der Merkur in den Widder. Das sollte zur Besserung der derzeitigen Gesundheitskrise beitragen. Vielleicht könnt ihr euch dann sogar wieder frei bewegen, denn ihr habt eigentlich superschöne Reisesterne zu Ostern. Aber auch wenn ihr Ostern ganz spirituell oder traditionell feiert, zum Beispiel mit einem großen Osterfeuer sind schöne Momente und Inspirationen dabei. Der Merkur wird zwischen Ostern und dem 19. April die Verbindung mit Chiron und Lilith im Widder anregen. Das ist eine besonders schöne Konstellation für diejenigen von euch, die sich für eine gute Sache engagieren und gesellschaftliche Anliegen haben. Oder auch, falls ihr als Heiler oder Coaches arbeitet, denn man wird euch beachten und auf euch hören. Auch Beziehungen und Verbindungen zu Leuten, die am gleichen Strang ziehen wie ihr, sind in diesen Tagen besonders begünstigt. Für eure finanziellen Angelegenheiten ist die Zeit über Ostern eher kritisch. Da solltet ihr im Budget bleiben und euch nicht übernehmen. Möglich, dass ihr im Job Einbußen hinnehmen müsst und dass es in eurer Firma eine Finanzkrise gibt, was euch über die Feiertage Kopfzerberchen bereiten könnte. Eine neue Sicht auf dieses Thema ergibt sich, wenn die Sonne am 19. April in den Stier eintritt. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer kosmisches Geldhaus und dort findet auch der Neumond am 23. April statt in Verbindung mit Uranus. Das kann einen finanziellen Durchbruch oder Neubeginn anzeigen oder eine überraschende Wende. Ihr solltet euch dann um Absprachen mit den Beteiligten bemühen, denn im Mai können sich im Hinblick auf finanzielles Schwierigkeiten und Kursänderungen ergeben. Nehmt also mit, was ihr im April noch eintüten könnt und sichert das auch vertraglich ab. Dann könnt ihr vergnügt in den Mai tanzen, wenn wir denn wieder feiern dürfen. Hallo, ihr sinnlichen Stiergeborenen und Stier-Ascendenten und alles Gute für euch, wenn ihr jetzt im April Geburtstag habt. Es stehen jetzt drei spannende Monate für euch an, in denen ihr vielleicht bereits eine neue Verantwortung oder Aufgabe übernehmt, denn Saturn steht ja jetzt bis Anfang Juli im Wassermann in eurem Karrierehaus und in den nächsten sechs Wochen wird das Ganze verstärkt durch Mars im Wassermann. Die Anwesenheit von Uranus in eurem Zeichen lässt ja ohnehin schon den Wind des Wandels durch euer Leben wehen und die Kräfte Saturns zeigen nun, dass es dabei nicht nur um euch selbst geht, sondern dass ihr im größeren Maße Verantwortung übernehmen müsst, vor allem für berufliche und Karriereentscheidungen. Seid darauf gefasst, dass ihr viel zu tun haben werdet und dass ihr nicht immer die Wahl habt, ob euch das nun passt oder nicht. Aufgaben, die euch lästig oder anstrengend erscheinen, führen aber häufig dazu, dass ihr eure Position stärken und verbessern könnt, wenn ihr sie gut erledigt. Diese Entwicklungen spüren im April vor allem die Geburtstagskinder der ersten Dekade, aber auch andere Faktoren in eurem Horoskop können diese Einflüsse bereits empfangen. Der Tipp der Sterne wäre, sich neuen Aufgaben gegenüber flexibel und offen zu positionieren, denn wenn ihr Widerstand leistet, wird es eher schwieriger. In den ersten zehn Tagen des Monats ergibt sich zudem eine Spannung zwischen Mars und Uranus und die kann auch mit einer deutlich erhöhten Unfallgefahr einhergehen. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise habe ich erforscht, dass harte Uranus-Aspekte auch einen gewissen Risikofaktor darstellen. Gebt also auf euch Acht und schützt euch gegebenenfalls entsprechend, besonders wenn ihr in der ersten Dekade des Stierzeichens Geburtstag habt. Günstig sind die Konstellationen in der ersten Monatshälfte für Stiere, die in den Bereichen Spiritualität und Wohltätigkeit arbeiten oder auch in der Pflege und in anderen helfenden Berufen. Ihr seid jetzt gefordert und könnt zu Helden werden. Falls ihr noch Solo seid, könnte der Funke bei jemandem überspringen, um den ihr euch kümmert oder mit dem ihr gemeinsam im Einsatz seid. Für die festlieierten Stiere wäre ein Tipp, sich mit ihrem Schatz über all die Veränderungen und Verantwortungen, die sie beschäftigen, auszutauschen und den Partner um die Meinung zu bitten. Letztendlich müssen ja alle neue Entwicklungen in der festen Beziehung besprochen werden und geplant werden, denn sie betreffen ja nicht nur euch, sondern eure Lieben. Am 3. April abends wechselt die Venus in die Zwillinge und bleibt dort für die nächsten vier Monate, weil sie zwischen Mai und Juni rückläufig wird. Und das Ganze spielt sich bei euch im kosmischen Geldhaus ab. Im Mai wird es einen schwierigen Aspekt mit Vernebelungsplanet Neptun geben, deswegen solltet ihr wichtige finanzielle Entscheidungen und Transaktionen möglichst im April noch in Angriff nehmen. Der Vollmond am 8. April beleuchtet eure Spiritualitätsachse und kann eine schöne Einstimmung auf die Ostertage für euch sein. Diese Tage solltet ihr nutzen, um etwas zu zweit mit eurem festen Partner zu unternehmen bzw. mit eurer Familie, wenn ihr Kinder habt. Das ist eine Gelegenheit, zusammenzurücken und für eine Weile Abstand vom gewachsenen beruflichen Druck und anstehenden Entscheidungen zu bekommen. Und sollte es bis dahin so sein, dass wir das Haus nicht verlassen dürfen, dann stehen euch ja immerhin noch Videochats und Videokonferenzen zum Beispiel per WhatsApp zur Verfügung, um mit euren Lieben in Kontakt zu bleiben. Am 19. April um genau 16.45 Uhr wandert die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen, in den Stier und falls ihr euch wundert, warum das dieses Jahr so früh ist, dann schaut euch dazu bitte noch mein Video-Special über die Sternzeichen und den Kalender an. In den kommenden vier Wochen aktiviert die Sonne dann eure Vitalität und Lebensfreude und damit stärkt sie dann auch euer Immunsystem. Am 23. April ist Neumond im Stier und das ist für euch der wichtigste im ganzen Jahr und der findet in enger Verbindung zu Uranus statt. Bestimmt spürt ihr dann eine starke Aufbruchsstimmung und die Lust, Pläne für euer neues Lebensjahr zu machen und die anstehenden Neuerungen in Angriff zu nehmen. Wenn ihr in den Tagen zwischen dem 23. und 26. April Geburtstag habt, dürfte euer neues Lebensjahr ziemlich spannend werden und ihr seid gegebenenfalls gefordert, euch neu zu erfinden. Zum Tanz in den Mai am 30. machen die Sterne Hoffnung, dass wir wieder feiern dürfen. In dem Fall bekommt ihr bestimmt mehrere Einladungen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten! Der April kann für euch der Auftakt zu einem heißen Frühjahr und Sommer der Liebe werden, wenn wir uns denn wieder frei bewegen dürfen. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die ganzen Quarantänemaßnahmen irgendwann wieder gelockert werden. Doch die Sterne machen eigentlich Hoffnung, dass wir wieder mehr miteinander in Verbindung gehen werden und ihr seid dann ganz vorne mit dabei. Die Venus wandert am 3. April abends in euer Zeichen und entfaltet dann dort für die kommenden vier Wochen ihre venusischen und liebevollen Kräfte. Das macht euch zu wahren Flirtmagneten und lässt euch gesellschaftlich häufig im Mittelpunkt stehen. Wenn ihr gesellschaftlich Verantwortung tragt oder im gesundheitlichen Bereich arbeitet, kann euch vielleicht auch die Aufgabe zukommen, bei der Beseitigung des allgemeinen Chaos und der Neuorganisation von allem Möglichen, was ausgefallen war, zu helfen. Auch der Mars im Wassermann und die Sonne im energiegeladenen Widder bilden günstige Aspekte zu eurer Sonne. Und sogar Saturn steht jetzt harmonisch zu euch. Das hilft euch dabei, seriöse und langfristige Pläne zu machen und eure Ziele ausdauernd zu verfolgen. Nur das finanzielle ist ein bisschen heikel, vor allem wenn es um gemeinsame Gelder geht, etwa mit dem festen Partner oder um ein Familienerbe oder bestimmte Verträge und Versicherungen. Das kann natürlich durch die Corona-Krise ausgelöst worden sein und da gibt es jetzt bestimmt viel zu besprechen. Bitte keine Alleingänge und falls Leute Bedenken äußern, müsst ihr euch das geduldig durch den Kopf gehen lassen. Wahrscheinlich muss jetzt gespart werden. Langfristig müssen natürlich weiterhin diejenigen Zwillinge, die unter dem Einfluss von Neptun stehen, sich um besonders viel Klarheit und Verlässlichkeit bemühen. Wenn ihr beispielsweise berufliche oder private Situationen erlebt, die sich als undurchschaubar erweisen, dann ist das die Wirkung von Neptun. In dem Fall solltet ihr allzu komplizierte Situationen und Vereinbarungen vermeiden und nur Zusagen machen, die ihr auch wirklich überschauen und einhalten könnt. Außerdem kann ein Neptun-Quadrat auch die Immunabwehr schwächen. Wenn ihr also unter diesem Einfluss steht, solltet ihr euch weiterhin vor Ansteckungsgefahr und Menschenansammlungen hüten. Dieser Aspekt wirkt jetzt direkt auf die Sonne der Geburtstagskinder vom 3. bis 14. Juni. In der Nacht vom 7. auf den 8. April haben wir den Vollmond in der Waage und der regt besonders eure Freundschaften mit ungewöhnlichen Menschen an, die euch jetzt neuerdings zu interessieren scheinen. Falls ihr noch Solo seid, sind ab dem 3. April eure Flirtchancen bis Juli durchgehend signifikant höher als sonst. Falls persönliche Treffen immer noch eingeschränkt sind, können euch dabei auch das Internet oder Flirt-Apps gute Dienste leisten. Wenn wir wieder reisen dürfen, könnte euch eine Reise über Ostern tolle Flirtchancen bringen. Wenn ihr in festen Beziehungen seid, dürftet ihr auf euren Schatz eine unwiderstehliche Wirkung entwickeln. Ihr seid in der Stimmung, der Liebe neue spannende Varianten abzugewinnen. Am Ostersamstag, den 11. April geht der Merkur nach den schwierigen acht Wochen in den Fischen mit Rückläufigkeit und Corona-Krise dann endlich in den Widder und das werdet ihr bestimmt als angenehm und klärend empfinden. Am 19. April um 16.45 geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und dann kann es sein, dass ihr für die kommenden vier Wochen öfter mal sowas wie Frühjahrsmüdigkeit empfindet. Wenn ihr jedoch spirituell oder magisch arbeitet, ist diese Zeit sehr schön, zumal auch der Neumond am 23. April eure Verbindung zur geistigen Welt stärkt und ihr wahrscheinlich starke Impulse und Eingebungen empfangt. Gesundheitlich gilt dann allerdings für den Rest des Monats, dass euer Immunsystem schwächeln könnte, sodass ihr weiterhin Menschenansammlungen besser meidet. Sollte das Wetter es zulassen und wir wieder dürfen, sind Partys und Treffen, die draußen stattfinden, auf jeden Fall gesünder als in engen Räumen. Wenn also Tanz in den Mai, dann möglichst unter freiem Himmel. Hallo, ihr fabelhaften Krebse- und Krebs-Ascendenten. Saturn und Mars ziehen jetzt weiter in den Wassermann und bilden dann keine Spannungsaspekte mehr zur Krebssonne. Dennoch gibt es aus gesundheitlicher Sicht zwei heikle Aspekte für euch. Die Geborenen der ersten Dekade empfangen die Spannung von Chiron und Lilith. Beide sind in eurem kosmischen Karrierehaus. Das kann bedeuten, dass ihr durch die aktuelle Gesundheitskrise beruflich besonders betroffen seid. Meine Friseurin ist zum Beispiel Krebs der ersten Dekade und sie musste ihren Friseursalon nun schließen. Tatsächlich tut ihr gut daran, besonders vorsichtig zu sein und euch und eure Lieben vor Ansteckungsgefahren zu schützen. Die Geborenen der dritten Dekade empfangen die Einflüsse von Jupiter und Pluto. Bei euch könnte das Problem sein, dass ihr euch sehr aufregt und vielleicht durch Ängste, vor allem auch um Menschen, die euch wichtig sind, euer Immunsystem schwächt. Ihr müsst darauf achten, die richtige gedankliche Einstellung zu behalten und auf eure Vitalkräfte zu vertrauen. Insgesamt müsste es den Krebsgeborenen eigentlich liegen, dass sie sich nun ein wenig zurückziehen und sich selbst und anderen Schutz bieten. Das Krebsprinzip ist ja das Nähren und Schützen und ich denke, es wird euch dann am besten gehen, wenn ihr euch zu Hause sicher fühlen könnt. Und falls ihr die Kraft habt und vielleicht in einem heilenden Beruf arbeitet, werdet ihr sehen, dass es euch auch gut tut, wenn ihr euch um andere kümmern könnt. In der Liebe passiert auch etwas Wichtiges für euch. Die Venus wird am 3. April für die nächsten vier Monate in die Zwillinge gehen und das ist für die Krebse das kosmische 12. Haus des Rückzugs. Da kommt es nun sehr darauf an, falls ihr Planeten oder den Aszendenten im Geburtshoroskop in den Zwillingen habt, dann wird die Venus diese mit ihren Liebeskräften aktivieren. Falls jedoch nicht, kann das bedeuten, dass Liebes- und Partnerschaftsthemen für euch dann mehr innerlich und mehr im Rückzug und in der Stille stattfinden. Wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, dann habt ihr den ganzen April über schöne Liebessterne, die zum Kuscheln und auch zum Experimentieren anregen, wobei ihr euch als Paar gerne ein wenig zurückzieht. In den ersten zehn Tagen des Monats kann allerdings eine problematische Situation mit einem Freund oder Freundin zu Unstimmigkeiten in eurer festen Beziehung führen. Gerade rund um den Vollmond in der Nacht zum 8. April liegt Spannung in der Luft, vor allem wenn ihr auch beruflich unter Druck steht. Doch bis Karfreitag ist das ausgestanden. Über Ostern solltet ihr schauen, dass ihr Zeiten an einem Gewässer verbringen könnt, zum Beispiel bei Spaziergängen am Fluss oder an einem See. Das ist eine gute Energie für euch und falls möglich, könnt ihr die Feiertage gemütlich mit lieben Menschen zu Hause oder in der Stille begehen. Falls ihr alleinstehend seid oder aufgrund der Gesundheitskrise im Rückzug, werdet ihr euch über Ostern gut erholen und wieder zu Kräften kommen. Für spirituelle Krebse sind die Konstellation zu Ostern geradezu magisch und wunderbar für ein schönes Ritual geeignet. Vom 15. bis zum 20. April gibt es ein gewisses Konfliktpotenzial rund um die Finanzen in euren Partnerschaften. Vielleicht auch, weil ihr unterschiedlicher Meinung darüber seid, wie ihr jetzt am besten sparen könnt und was unbedingt angeschafft werden muss und was nicht. Und falls eure Partnerschaft noch frisch und neu ist, haltet ihr die Kassen am besten erstmal auseinander. Das ist jetzt noch nicht die Zeit, um über gemeinsame Anschaffungen nachzudenken oder gar zu streiten. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne in den Stier und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen den Freundschaftsbereich eures Horoskops. Und da steht ja auch Uranus und da findet am 23. April der Neumond statt. Das alles weist darauf hin, dass ihr in dem nun folgenden Mondzyklus spannende neue Leute kennenlernen könnt, mit denen ihr auf einer Wellenlänge liegt, die euch inspirieren und mit denen sich sowohl persönlich als auch beruflich neue Perspektiven ergeben können. Und falls wir dann immer noch alle in Quarantäne sind, kann sich das eben auch über Online-Medien abspielen. Beruflich zieht der Monat zum Ende hin nochmal so richtig an. Gut möglich, dass dann vielleicht Quarantänemaßnahmen aufgehoben werden und ihr aus welchen Gründen auch immer viel zu tun habt. Am 30. Mai ist ja Tanz in den Mai und die Sterne geben Anlass zur Hoffnung, dass wir dann vielleicht sogar wieder feiern dürfen. Aber es kann gut sein, dass euch eher der Sinn nach Kuscheln und Rückzug steht. Hallo, ihr stolzen Löwen und Löwe-Ascendenten. Neue kosmische Energien beeinflussen euer Horoskop nun spürbar. Saturn und Mars befinden sich jetzt im Wassermann und damit für das Löwe-Kollektiv im Partnerhaus. Das macht sich bei neuen Begegnungen und bestehenden Partnerschaften bemerkbar, denn da kommt jetzt ein gewisser gereizter und kritischer Unterton hinein. Besonders in den ersten zehn Tagen des Monats seid bitte vorsichtig und achtsam, denn da empfangt ihr auch noch eine Mars-Uranus-Spannung. Die Stimmung ist ja nun zurzeit sehr labil und viele Leute reagieren irrational und ängstlich und auch ihr selber seid etwas dünnhäutig und verliert möglicherweise schnell die Geduld, wenn ihr euch in eurer Freiheit eingeschränkt fühlt. Außerdem ist Mars-Uranus auch ein Faktor für Unfallgefahr, deswegen lasst euch nicht unter Druck setzen und hektisch machen. Uranus in eurem Karrierehaus kann mit dazu beitragen, dass ihr aufgrund plötzlicher und unerwarteter beruflicher Entwicklungen unter Druck geratet. Auch eine heftige Immunreaktion ist möglich, zum Beispiel bei Heuschnupfen, so dass ihr vielleicht hustet und niest und euch Sorgen macht, dabei ist es bloß eine Allergie. Am direktesten wirken diese angespannten Konstellationen auf die Juli-Löwen, aber auch andere Faktoren in eurem Horoskop können diese Energie jetzt empfangen. Schaut, dass ihr das irgendwie kanalisiert, zum Beispiel durch sportlichen Ausgleich, Bewegung im Freien, wenn möglich, oder Meditation, je nachdem, was euch am besten in eure innere Mitte bringt. Davon abgesehen gibt es aber auch gute Nachrichten. Die Sonne steht im Winter günstig für eure Vitalkräfte und ab dem 3. April geht die Venus in die Zwillinge und bildet von dort aus über vier Monate positive Aspekte zur Löwesonne, weil sie in den Zwillingen rückläufig wird. Jetzt im April mildert die Liebesgöttin die kritischen Einflüsse in eurem Partnerhaus deutlich ab, weil sie den ganzen Monat über harmonisch zum Mars steht. Das heißt, trotz der gewissen Gereiztheit, die in der Luft liegt, lassen sich viele Angelegenheiten mit Wohlwollen und Diplomatie regeln, wenn die Beteiligten sich da ein bisschen Mühe geben. Versucht also in eurem sozialen und beruflichen Umfeld nicht das Trennende und Kritische so sehr in den Vordergrund zu rücken, sondern lieber das Verbindende und Freundschaftliche und wenn es über FaceTime oder WhatsApp-Video-Chats und das Internet läuft. Außerdem bilden Venus und Mars einen schönen Flirtaspekt. Trotz der andauernden Gesundheitskrise kommen Frühlingsgefühle durch und das werdet ihr deutlich spüren, besonders um den Vollmond am 8. April herum. Am 10. April beginnen die Ostertage und am 11. wandert der Merkur in den Widder. Das kann für alle eine Wende zur Besserung bringen. In der zweiten Monatshälfte sind die Aspekte sehr gut für eure Vitalkräfte und ihr solltet aktiv werden durch Sport oder indem ihr euch für eine gute Sache einsetzt und die Initiative ergreift. Viele Löwen verfügen über eine große innere Stärke. Schaut doch mal, wo ihr jetzt gebraucht werdet und euch einsetzen könnt. Falls ihr geschwächt wart, solltet ihr euch spätestens ab Mitte April gut erholen. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und aktiviert dann für vier Wochen beim Löwe-Kollektiv das Karrierehaus und dort findet auch der Neumond im Stier am 23. April statt. Und dann gibt es da noch ein Treffen mit Uranus während der gesamten Zeit bis zum 27. April. Das ist eine sehr spannende Konstellation und die kann entscheidende Veränderungen in eurem Leben auslösen, durchaus aufgrund beruflicher Entwicklungen oder jetzt in Folge der Gesundheitskrise. Nicht immer könnt ihr das beeinflussen, aber ihr könnt euch darauf einstellen und vielleicht ist es sogar eine Gelegenheit, euch langfristig zu verbessern. Auf jeden Fall solltet ihr den Neumond nutzen, um über Neuausrichtungen in eurem Leben nachzudenken, die durch Uranus auf euch zukommen. Es kann auch ratsam sein, im letzten Monatsdrittel wichtige berufliche Gespräche zu führen und sich finanzielle Unterstützung zu sichern. Zum Tanz in den Mai am 30. April stehen die Sterne insgesamt wohlwollend und geben Anlass zur Hoffnung. Vielleicht dürfen wir ja dann wieder feiern. Wenn, dann seid ihr bestimmt ganz vorne mit dabei, denn die Niebessterne stehen dann genial für euch. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Hier sind eure kosmischen Neuigkeiten für den April. Einige von euch gehören zu denjenigen, die aufgrund des Neptun-Aspekts ein gewisses erhöhtes Risiko haben, sich Erkältungskrankheiten oder ein Virus einzufangen. Und dieser Aspekt wirkt jetzt direkt auf die Sonne der Geburtstagskinder vom 5. bis 15. September. Außerdem befinden sich Saturn und Mars im Wassermann in eurem kosmischen Gesundheitshaus. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass ihr auf eure Gesundheit achten und euch nicht unnötigen Ansteckungsgefahren aussetzen solltet. Nun sind aber gerade viele Jungfraugeborene oft in Berufen, in denen sie sich kümmern, Gesundheitsvorsorge betreiben und für andere da sind. Und tatsächlich zeigen die Sterne hier in den Fischen in eurem Partnerhaus, dass viele Menschen nun euren Rat und eure Hilfe suchen. Und ihr dürft damit rechnen, dass ihr im Laufe des Aprils einen besseren Überblick und ein Verständnis für alle Angelegenheiten bekommt, die sich in den vergangenen Wochen eher zäh entwickelt haben. Das betrifft eben auch die Gesundheitskrise. Ihr solltet jetzt langsam ein Gefühl bekommen, dass ihr besser durchblickt und wisst, was zu tun ist. Und viele von euch haben jetzt die Aufgabe, dieses gute Wissen auch anderen weiterzugeben und zu helfen, wo sie können. Immer vorausgesetzt, dass ihr euch selbst dabei schützt, wenn es nötig sein sollte. Ab dem 3. April abends wird die Venus in die Zwillinge gehen und dann für vier Wochen euer kosmisches Karrierehaus aktivieren. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass viele Jungfraugeborene vielleicht auch gerade durch die Gesundheitskrise eher mehr zu tun haben als zuvor und dass dabei auch ihre Beliebtheit steigt. Deswegen, wenn ihr etwas zu sagen habt, scheut euch nicht, eure Erkenntnisse zu präsentieren. Sie können sehr wichtig sein. In der Liebe scheint es für festliierte Jungfrauen häufig um ihre Bindung und Vertrauensfragen zu gehen. Zum Beispiel, ob ihr beim gemeinsamen Wirtschaften am gleichen Strang zieht oder wie ihr jetzt in Krisenzeiten euer Geld gemeinsam aufteilt und auf die besonderen Anforderungen reagiert. Auch das Thema, wer wie viel Freiraum braucht und bekommt, könnte auf den Tisch kommen. Weil Impulsgeber Uranus so günstig für euch steht, solltet ihr nicht aufgeben und nach Lösungen suchen und seid dabei ganz offen für überraschende und unerwartete Möglichkeiten. Der Vollmond in der Nacht vom 7. auf den 8. April kann euch da zusätzliche Inspirationen bringen und ebenso der Eintritt von Merkur in den Widder am 11. April. Der Schlüssel zum Erfolg eurer Gespräche oder Verhandlungen ist, dass ihr mutig die wichtigen Themen benennt. Nicht ausweichen. Das betrifft sowohl eure innige feste Beziehung als auch wichtige legale Partnerschaften, bei denen es um gemeinsame Werte und Gelder geht. Falls ihr alleinstehend seid, können sich für euch im April Flirts durch berufliche Kontakte oder durch euer Engagement beim Helfen und Heilen ergeben. Während der Ostertage vom 10. bis 13. April solltet ihr mit der Familie andocken und wenn es nur über eine Videokonferenz per WhatsApp ist. Besonders Samstag und Sonntag steht der Mond günstig dafür. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und aktiviert dabei euer kosmisches Haus der Pläne und Perspektiven. Und dort findet auch der Neumond am 23. April statt und bis zum 27. wird dabei der Uranus aktiviert. Deshalb wäre mein Tipp für den Neumond. Nutzt die Konstellationen, um über kurz- und längerfristige Pläne für eure Zukunft nachzudenken. Auch im Hinblick auf die Gesundheitskrise. Welche Sachen habt ihr aufgeschoben und habt jetzt gemerkt, dass ihr sie plötzlich nicht mehr frei durchführen konntet? Was wollt ihr euch vornehmen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat? Nutzt den Neumond und die Tage danach, um über solche wichtigen Themen nachzudenken. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Aszendenten. Die Sterne zeigen, dass ihr wahrscheinlich aufgrund der Gesundheitskrise ziemlich viel Stress hattet oder habt. Sei es, dass ihr beruflich starke Einbußen hinnehmen musstet oder dass ihr einen Partner habt, der erkrankt ist. Vielleicht habt ihr auch allgemein mit Leuten zu tun, die sich in Schwierigkeiten gebracht haben und euch um Hilfe bitten. Das betrifft vor allem die Septemberwagen, die die Aspekte von Chiron und Lilith empfangen. Auch Familienmitglieder, eure Kinder oder eure Eltern beanspruchen jetzt viel Aufmerksamkeit. Vielleicht gibt es auch wichtige finanzielle Entwicklungen in Bezug auf eure Wohnung oder euer Haus, um die ihr euch jetzt ganz dringend kümmern müsst. Das betrifft dann aber eher die Geborenen der dritten Dekade. Ihr habt also wirklich jede Menge zu tun. Aber jetzt kommen die guten Nachrichten. Ab dem 3. April abends wandert eure Herrscherin, die Venus, in die Zwillinge und bleibt dort rund vier Monate, weil sie im Mai und Juni rückläufig ist. Während der ganzen Zeit wird sie vorteilhafte Aspekte zur Waagesonne bilden. Auch Mars steht für die nächsten sechs Wochen günstig zu euch und verbindet sich über weite Strecken mit der Venus und Saturn ist nun ebenfalls in den Wassermann weitergezogen und bildet für euch bis Juli förderliche Aspekte. Das bedeutet, es wird euch leichter fallen, als sonst mit Herausforderungen fertig zu werden und dabei gleichzeitig auch noch kreativ zu sein. Jedes Problem, das ihr löst, scheint euch zusätzliche Kräfte zu verleihen. Die Aspekte sind auch finanziell vielversprechend. Das heißt, dass es euch gelingen kann, finanzielle Einbußen der letzten Wochen wieder auszugleichen. Ihr solltet alle Hebel in Bewegung setzen, um zu bekommen, was euch zusteht. Und das solltet ihr möglichst noch im April im Angriff nehmen. Der Vollmond in der Nacht vom 7. auf den 8. aktiviert euer Sternzeichen und falls ihr nicht schlafen könnt und einen Liebespartner habt, nutzt die Zeit für Zärtlichkeit. Oder ihr steht einfach auf und haltet eure Ideen für neue Problemlösungen fest. Für eure Beziehungen ist der April mit den ganzen Planeten im Partnerhaus ziemlich aufregend. Es sind zwar Konflikte möglich, aber ihr findet auch Menschen, die euch auf eine gute Art herausfordern und euer persönliches Wachstum anregen. Denn die Liebesplaneten stehen prächtig für euch und auf der Basis von Sinnlichkeit und Inspiration lassen sich viele heikle Themen gut integrieren. Über die Ostertage sehen Karfreitag und Samstag am harmonischsten aus. Sonntag und Montag sind die Aspekte angespannt und dann ist es gut, wenn ihr euch nicht zu viele Verpflichtungen aufgeladen habt. Es sieht für euch übrigens nicht nach einem stillen und ruhigen Ostern aus, sondern eher nach Aktivitäten im Freien und körperlicher Betätigung, so es denn möglich ist. Das alles würde euch jedenfalls helfen, eventuelle Spannungen abzubauen. Gesundheitlich würde ich denjenigen von euch, die den direkten Aspekt von Chiron empfangen, etwas zur Vorsicht raten. Das betrifft vor allem die Septemberwagen. Ihr solltet Situationen mit Ansteckungsgefahren weiterhin weiträumig aus dem Weg gehen. Am 11. April wandert auch der Merkur in den Widder und aktiviert bis zum 17. die Chiron-Lilit-Konstellation in eurem Partnerhaus. Das sind besonders interessante und prickelnde Tage für neue Begegnungen und zum Flirten. Selbst Quarantänemaßnahmen werden nicht verhindern können, dass sich für euch Begegnungen ergeben und sei es nur virtuell und online. Mit solchen Aspekten bleibt man nicht alleine. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und aktiviert für vier Wochen euer 8. Haus und da findet auch der Neumond am 23. statt und Impulsgeber Uranus ist auch mit dabei. Das bringt einen ziemlich frischen Wind in eure festen Beziehungen oder auch Verträge und Verbindlichkeiten. Im Licht der aktuellen Entwicklungen kann das zum Beispiel heißen, dass ihr neue Berechtigungen bekommt, euch aus alten Verträgen zu lösen und Geld zu sparen oder auch, dass ihr staatliche Zuwendungen beantragen könnt. In festen Partnerschaften kann es um eine Neuausrichtung der gemeinsamen Finanzen gehen oder es ergibt sich, dass ihr neue Dimensionen der Erotik und Tiefe in eurem Liebesleben ausloten wollt. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Nach einer langen Phase, in denen fast alle Planeten günstig für euch standen, ändert sich nun mit Saturn und Mars im Wassermann die kosmische Energie spürbar. In bestimmten Lebensbereichen kommen nun mehr Prüfungen und Widerstände auf euch zu und zwar betrifft das beim Skorpion-Kollektiv das kosmische Haus der Herkunft und der Familie. In den kommenden sechs Wochen kann euch Mars zeigen, welcher Bereich in Zukunft bei euch besonders auf dem Prüfstand steht, nämlich dort, wo es jetzt häufiger zu Auseinandersetzungen und Herausforderungen kommt. Mars in Spannung zur Skorpion-Sonne macht euch generell etwas gereizter und das spüren jetzt im April besonders die erste und zweite Dekade. Und die ersten Oktober-Skorpione spüren vielleicht auch schon die Wirkung Saturns, zum Beispiel indem sie in ihrem Haus eine größere Maßnahme nötig haben, um die Substanz zu schützen und zu erhalten. Allerdings müsste man das mal in einer persönlichen Beratung klären, wo Saturn und Mars jetzt exakt für euch stehen. Denn beide können theoretisch auch eine gesundheitliche Belastung anzeigen, vor allem, wenn ihr euch auch noch stark stresst. In den ersten zehn Tagen des Monats haben wir zudem eine Mars-Uranus-Spannung und dann können die Nerven schon mal blank liegen. Außerdem ist während dieser Zeit auch die Unfallgefahr erhöht, besonders durch Unfälle im Haushalt. Da braucht ihr viel Ruhe und Umsicht. Deshalb lasst euch nicht hektisch machen und geht Streitigkeiten weiträumig aus dem Weg. Mars-Spannungen können auch überschießende Immunreaktionen anzeigen, beispielsweise durch Heuschnupfen etc., so dass ihr vielleicht jetzt im April öfter hustet und niest und euch Sorgen macht. Dabei handelt es sich bloß um eine Allergie. Glücklicherweise steht der Mars aber auch den ganzen Monat über harmonisch zur Venus, also jedenfalls ab dem vierten und das wirkt lindernd in allen Bereichen. Gleichzeitig sendet Uranus in eurem kosmischen Partnerhaus starke Impulse. Vielleicht ist es auch eine Entwicklung in der Partnerschaft oder im Leben des Partners, die Veränderungen eurer Haus- und Wohnsituation nach sich zieht. Wenn ihr anstehende Veränderungen umsichtig und beherzt angeht, solltet ihr im April sogar einige Fortschritte erzielen. Beruflich läuft es teils teils. Selbstständige Skorpione, auch diejenigen, die von der Corona-Krise betroffen sind, haben erfinderische Tendenzen und gehen neue Wege, die durchaus erfolgversprechend sind. In einer Firma oder unter Kollegen kann es dagegen Stresssituationen geben, vielleicht auch wegen eines erhöhten Krankenstandes. Diese Problematik könnte sich rund um den Vollmond in der Nacht vom 7. auf den 8. April sprunghaft verstärken. Wenn ihr typische Skorpione seid, haut euch wahrscheinlich so schnell nichts um und deshalb werdet ihr dann möglicherweise gefragt, ob ihr Einspringen und Sonderschichten fahren könnt. So könnte es sein, dass einige von euch sich über Ostern auf der Arbeit wiederfinden. Die Liebessterne stehen jetzt im kosmischen Horoskop besonders gut für die festlieierten Skorpione und wenn es bei euch zu Hause irgendwelchen Trouble gibt, dürft ihr davon ausgehen, dass euer fester Partner euch liebevoll zur Seite steht und dass ihr gemeinsam Probleme lösen könnt, was euch dann als Paar stärkt. Auch für sinnliche und kuschelige Stunden zu zweit findet ihr trotz möglicher Hektik noch Zeit. Immer vorausgesetzt, ihr lasst die gereizte Stimmung nicht beim Partner ab. Über Ostern empfehlen euch die Sterne Aktivitäten an der frischen Luft, wenn möglich mit der Familie. Wenn ihr dagegen zu Hause aufeinander hockt, kann es Reibereien geben. Falls ihr Ostern nichts Besonderes vorhabt, könntet ihr tatsächlich überlegen, eure Arbeitskraft anzubieten, vielleicht eben an besonderen Stellen, wo jetzt Leute gebraucht werden und damit dann Bonuspunkte zu sammeln. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer kosmisches Partnerhaus. Und dort findet auch der Neumond am 23. April statt und außerdem wird Uranus aktiviert. Sollte sich die Gesundheitsgefahr bis dahin gelegt haben, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, kommen dann die Singles unter euch auf ihre Kosten und können zu Neumond eine neue spannende Liebschaft anfangen. Falls allerdings nicht, solltet ihr dann mit neuen Bekanntschaften sehr vorsichtig sein, denn sie können unerwartete Impulse und vielleicht auch eine Ansteckung mit sich bringen. Oder ihr verlegt euch erst mal aufs Internet-Dating. Die glücklich liierten dürfen sich weiterhin über die kuscheligen Konstellationen mit Venus und Mars freuen. Hallo, ihr charmanten Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. In eurem kosmischen Horoskop sind die meisten Planeten unterhalb des Horizonts. Das heißt, ihr schöpft aus eurem inneren Reichtum und eure kreativen Kräfte sind geweckt. Sonne, Chiron und Lilith stehen im fünften Haus der Kreativität und der Showbühne. Falls jetzt aufgrund der Corona-Krise eure Auftritte gecancelt wurden, solltet ihr euch überlegen, vielleicht auf YouTube oder anderen Internetplattformen aktiv zu werden, wenn ihr zum Beispiel Musik macht oder etwas zu sagen habt. Die Konstellation ist auch gut für therapeutische Arbeit mit Kunst und Kreativität und falls ihr solche Elemente einsetzt, beispielsweise als Heiler oder Coaches, findet ihr vielleicht Mittel und Wege, in Zeiten der Gesundheitskrise eure Klienten wieder aufzubauen und zu beruhigen. Gesundheitlich müssen diejenigen von euch auf sich achtgeben, die unter dem Einfluss von Neptun stehen. Der befindet sich jetzt am Ende der zweiten Dekade und das betrifft die Geburtstagskinder vom fünften bis fünfzehnten Dezember. Neptun kann die allgemeine Vitalität und Immunabwehr schwächen. Deswegen achtet darauf, euch weiterhin keinen Ansteckungsgefahren auszusetzen. Schlaft viel und meditiert viel. Das Gute ist, dass Saturn und Mars im Wassermann jetzt günstig zur Schützesonne stehen. Das kann durchaus stabilisierend und vitalisierend wirken. Beruflich habt ihr gut zu tun, wenn ihr schreibt oder textet. Dann dürfte das sehr überzeugend ausfallen. Man wird auf euch hören. Wenn ihr dagegen fest angestellt seid, könntet ihr in den ersten Tagen des Monats mit euren Ideen und Vorschlägen anecken, aber nur, wenn ihr zu ungeduldig seid. Das könnte also zum Beispiel eben jetzt mit der erzwungenen Freistellung oder Zuhausebleiben zu tun haben. Falls ihr in einer verantwortlichen Position seid und wichtige Entscheidungen zu treffen habt, urteilt nicht vorschnell und hört eventuellen Bedenkenträgern ruhig zu. Finanziell habt ihr zu Beginn des Monats noch ziemlich gute Konstellationen. Wenn möglich, tätigt noch bis zum Freitag den Dritten einen Abschluss. Am 3. April abends geht die Venus in die Zwillinge und damit in euer Partnerhaus und dann beginnt für euch ein Frühjahr und Sommer der Liebe. Selbst Quarantänemaßnahmen und erzwungene Isolation werden daran nichts ändern, dass ihr irgendwie in Kontakt mit Leuten kommt und sei es online. Ihr werdet Mittel und Wege finden zu flirten. Wenn ihr fest liiert seid, habt ihr dann am meisten Freude mit eurem Schatz, wenn ihr ihn sozusagen neu entdeckt und neu umwerben könnt. Der Vollmond in der Nacht vom 7. auf den 8. April dürfte euch sehr inspirieren. Also werdet kreativ, falls ihr nicht schlafen könnt oder dient der Liebe. Wenn ihr einen Liebespartner habt, werdet ihr bestimmt die Ostertage nutzen wollen, um gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen, was auch noch eine heilende Wirkung auf euch beide haben kann. Falls ihr viel Stress habt, würde das sehr erholsam für euch sein. Falls ihr als Ärzte oder Heiler über Ostern im Einsatz seid oder auch, wenn ihr euch verpflichtet habt, euch um Familienmitglieder zu kümmern, dann könnt ihr vor allem am Samstag und Sonntag zu einem wahren Lichtblick für die Menschen werden, denen ihr euch dann zuwendet. Natürlich könnt ihr euch auch in die Stille zurückziehen. Das Horoskop ist auch schön für Mystiker und Spirituelle unter den Schützen. Am 11. April geht der Merkur in den Widder und verstärkt für drei Wochen noch die derzeitige inspirierte Phase, sei es für euch selbst oder beispielsweise für Liebesgeflüster oder schöne Einfälle, was ihr mit euren Kindern unternehmen könntet. Wermutstropfen ist ein schwieriger Finanzaspekt. Womöglich seid ihr von der Corona-Krise finanziell betroffen. Vielleicht hattet ihr eine teure Osterreise geplant, die nun abgesagt wurde und es ist nicht klar, ob ihr das Geld dafür wieder zurückbekommt oder etwas ähnliches. Deswegen gebt jetzt lieber zusätzlich nicht noch Geld für extravagante Unternehmungen oder Anschaffungen aus. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne in den Stier und aktiviert dann euer sechstes Haus des Arbeitsalltags und der Gesundheitsvorsorge und dort findet auch der Neumond am 23. statt und bis zum 27. wird gleichzeitig auch noch der Uranus aktiviert. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein Gesundheitsthema plötzlich sehr wichtig wird oder falls dieses schon besteht, dass es zu einer überraschenden Heilung kommt, vielleicht mit alternativen Methoden. Über solche neuen Entwicklungen könnt ihr zu Neumond nachdenken. Zum Tanz in den Mai stehen die Sterne für euch einfach Bombe. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir dann vielleicht wieder frei feiern dürfen. Das würdet ihr dann bestimmt ausgiebig ausnutzen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Zumindest ein kosmisches Schwergewicht hat sich jetzt vorübergehend aus dem Steinbock zurückgezogen. Saturn steht nämlich nun bis Anfang Juli im Wassermann. Jupiter und Pluto befinden sich allerdings weiterhin in eurem Zeichen und das ist ja nun eine Konstellation, die im Zuge der Corona-Krise sehr stark in den Vordergrund getreten ist. Vielleicht habt ihr als Banker oder Finanzberater jetzt mit Leuten zu tun, die massenweise Kredite brauchen und damit verbunden einigen Stress. Einige von euch haben jedoch auch zurzeit außerordentliche Verdienstmöglichkeiten und vielleicht auch Verantwortung für große Summen. Ich denke da auch an meinen Mann, Ray Merriman, der ist ja Finanzastrologe und auch Steinbock und der hat jetzt besonders viel Zulauf, weil natürlich alle wissen wollen, wie es für sie weitergeht. Wenn ihr gerade keinen Job habt, geht es vielleicht darum, ob ihr selbst nun einen Kredit aufnehmen müsst. Ich würde sagen, das kann alles recht gut funktionieren, wenn es mit viel Umsicht und Bedacht gehandhabt wird. Der Mars steht dann ebenfalls im Wassermann und läuft durch euer kosmisches Geldhaus und dabei verbindet er sich ab dem 3. April günstig mit der Venus. Sie geht dann in die Zwillinge und damit in euer Jobhaus und dort wird sie die nächsten vier Monate bleiben. Das Steinbock-Kollektiv hat also insgesamt weiterhin gut zu tun und kann damit sogar auch Umsätze machen, trotz Corona-Krise. Ihr müsst mal schauen, wie sich das in eurem persönlichen Leben zeigt. Für euer Feedback und eure Rückmeldungen bin ich dankbar. Jedenfalls gilt, wenn sich Möglichkeiten für euch ergeben, solltet ihr die gleich im April auch vertraglich absichern. Im Mai können nämlich finanzielle Angelegenheiten etwas undurchschaubar werden. Etwas angespannt könnte die Situation seitens der Familie sein. Chiron und Lilith stehen ja jetzt zusammen mit der Sonne im Widder und das ist bei euch im kosmischen Familienhaus. Chiron kann Familienmitglieder anzeigen, die aufgrund von Schwächen oder Erkrankungen Hilfe und Unterstützung brauchen, gerade jetzt im Hinblick auf die Krise. Und Lilith steht für eigensinnige Frauen, zum Beispiel heranwachsende Töchter, die kommen und gehen und nicht wollen, dass ihr Fragen stellt. Und dann wisst ihr nicht recht, wie es ihnen geht und das regt euch dann natürlich auch auf. Vielleicht habt ihr auch Stress mit eurem Vermieter oder Mietern, falls ihr selber Immobilien besitzt. Der Vollmond in der Nacht vom 7. auf den 8. April kann solche Art Spannungen noch anheizen. Wichtig ist eure Verantwortung in der Familie und ab Karfreitag sind die Konstellationen günstig, um sich zusammenzuraufen und vielleicht sogar einen Familienrat einzuberufen, wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt. Falls nötig, geht das ja zum Beispiel auch mit einem WhatsApp-Conference Call. Das mache ich häufiger mit meinen Geschwistern, denn mein Bruder lebt zurzeit in Afrika. Noch besser wäre natürlich ein persönliches Treffen, wenn das möglich ist. Es ist wahrscheinlich, dass euch über die Ostertage gemeinsam ein paar gute Strategien einfallen. Ostersamstag geht der Merkur in den Widder und sorgt für Gesprächsstoff über Familienangelegenheiten. Diese können Ostersamstag und Sonntag sogar einen heilsamen Effekt haben. Wenn ihr spirituell unterwegs seid, bietet euch Ostern eine schöne Gelegenheit in der Stille zu meditieren. Ihr solltet euch dann Zeit zum Rückzug nehmen und könnt euch dabei auch noch gut erholen. Sonntag und Montag können finanzielle Überlegungen euch beschäftigen. Dann kann es sich lohnen, darüber mit Familienmitgliedern zu reden, denen ihr vertrauen könnt. Fest liierte Steinböcke dürfen sich dabei die ganze Zeit recht innig mit ihrem Partner verbunden fühlen und auf dessen Einschätzung viel Wert legen. Außerdem stehen die Liebessterne gut, um gemeinsam Aufgaben in Angriff zu nehmen und diese Verbundenheit lässt dann auch erotisch den Funken überspringen. Wenn ihr alleinstehend seid und vielleicht auf Partnersuche, solltet ihr trotz Gesundheitskrise die Augen offen halten, denn der Mondknoten zeigt die Chance, einen besonderen Partner zu treffen. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und sie aktiviert dann für fünf Wochen euer kosmisches fünftes Haus der Lebensfreude und Vitalität. Dort findet dann auch der Neumond am 23. April statt und dabei werden die Veränderungskräfte von Uranus besonders aktiviert. Diese Neumondphase solltet ihr nutzen, um über Herzensprojekte nachzudenken. Was habt ihr vielleicht die ganze Zeit zurückgestellt oder wo musstet ihr feststellen, dass ihr etwas persönlich Wichtiges aufgrund der Corona-Krise nun nicht mehr erledigen konntet? Meditiert mal darüber, welche Herzensprojekte ihr in Zukunft nicht mehr hinauszögern wollt, weil irgendetwas anderes immer wichtiger zu sein scheint. Falls ihr Kinder habt, bringt euer Nachwuchs spannende Impulse in euer Leben und wenn ihr einen Liebespartner habt, fallen euch schöne neue Spielarten ein, die ihr mal ausprobieren könntet. Ab dem 27. geht der Merkur in den Stier, sodass diese Energie auch gehalten wird und ihr die neuen Ideen auch wirklich umsetzen könnt. Das lange Wochenende zum 1. Mai werdet ihr wahrscheinlich nutzen, um euch mit persönlichen Anliegen zu beschäftigen oder einfach mal auszuspannen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Für euch verändert sich die Energie im April spürbar. Saturn und Mars stehen nun beide in eurem Zeichen und wenn ihr im Januar Geburtstag habt, spürt ihr vielleicht schon, dass eine neue Verantwortung oder eine Prüfungssituation auf euch zukommt. Es können auch wichtige berufliche Entscheidungen anstehen. Die Januar-Wassermänner empfangen ja auch den Aspekt von Uranus im Stier und sind sowieso schon dabei, vieles in ihrem Leben umzustellen und zu verändern. Jetzt im April kommt noch dazu, dass wir in den ersten zehn Tagen einen Hochspannungsaspekt zwischen Mars und Uranus haben und dieser Aspekt wirkt am direktesten auf die Januar-Wassermänner. Aber ihr solltet alle aufpassen, denn es können ja auch andere Faktoren im Horoskop diese Energie empfangen. Im Hinblick auf Gesundheitsfragen kann das schon eine Belastung darstellen, einfach weil es euch hibbelig macht und eure Nerven angespannt sind, was dann wieder ungünstig fürs Immunsystem ist. Außerdem kann dieser Aspekt überschießende Immunreaktionen anzeigen. Jetzt ist ja auch noch Heuschnupfensaison, das heißt, dass ihr vielleicht hustet und niest und euch Sorgen macht, dabei ist es bloß eine Allergie. Und durch Mars, Saturn fühlt ihr euch womöglich Anfang April so, als würdet ihr auf Gas und Bremse gleichzeitig stehen. Für euch ist es ganz wichtig, dass ihr Mittel und Wege findet, euch zu beruhigen und dass ihr euch die richtigen Gedanken macht und auf euch selbst konzentriert. Ab dem 3. April gibt es aber eine positive Entwicklung, denn dann geht die Venus in die Zwillinge und bildet zusammen mit Mars den ganzen Monat über günstige Aspekte auf euer Zeichen. Und das spricht dafür, dass ihr in euren Rhythmus findet und vieles mit neuem Schwung und neuem Selbstbewusstsein in Angriff nehmt. Vieles kann euch dann sogar gar nicht schnell genug gehen. Trotzdem müsst ihr aufpassen, denn Mars-Uranus zeigt auch eine erhöhte Unfallgefahr an, wenn man zu hektisch und zu unaufmerksam ist. Atmet tief durch und bewegt euch achtsam und umsichtig, damit ihr nicht stolpert oder euch beim Kochen mit dem Messer schneidet oder etwas ähnliches. Diese Mars-Uranus-Spannung wirkt rund um den Vollmond in der Nacht vom 7. auf den 8. April besonders stark, also gebt da gut auf euch acht. Mars in eurem eigenen Zeichen in Verbindung mit der Venus sollte aber vor allem in der zweiten Monatshälfte euren Abwehrkräften sehr zugutekommen. Beruflich läuft es gut für alle Wassermänner, die mit Texten, Schreiben, Bloggen oder Nachrichten zu tun haben. Wenn ihr zu den vielen technisch begabten Wassermännern gehört, habt ihr sicherlich auch gute Möglichkeiten mit Homeoffice und Online eure Arbeit aufrecht zu erhalten. In den Osterferien würdet ihr wahrscheinlich am liebsten verreisen, jedoch ist damit zu rechnen, dass wir entweder überhaupt nicht reisen dürfen oder alles noch sehr chaotisch ist. Trotzdem gegen die Sterne Anlass zur Hoffnung, dass wir uns ab Mitte April wieder freier bewegen dürfen und das wird euch natürlich sehr gut tun. Finanziell sind die Aspekte zurzeit für alle schwierig, aber so mancher Wassermann hat im April den richtigen Riecher dafür, welche Aktie jetzt in die Höhe geht und kann von dem Finanzwahnsinn profitieren. Aber bitte nur, wenn ihr echt was davon versteht. Ihr könntet sonst auch mal euer Glück beim Lotto oder Gewinnspielen versuchen. In der Liebe wird es für euch in den kommenden vier Monaten richtig spannend, denn die Venus geht ab dem 3. April in die Zwillinge und damit in euer fünftes Haus der Lebensfreude und da bleibt sie dann aufgrund ihrer Rückläufigkeit im Mai und Juni für vier Monate. Während der ganzen Zeit wird sie geniale Aspekte zu eurer Sonne bilden, die eure Liebeslust und Kreativität fördern. Egal, ob noch Quarantäne herrscht oder nicht, ihr findet Mittel und Wege zu flirten, dann eben über das Internet oder Apps. Und auch die Festliierten unter euch haben tolle Einfälle, wie sie den Partner überraschen und verwöhnen können. Am Ostersamstag, den 11. April, wechselt der Merkur in den Widder und lässt eure Inspiration und eure guten Ideen privat wie beruflich sprudeln. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und aktiviert dann für vier Wochen den privaten und Familienbereich in eurem kosmischen Horoskop. Dort findet auch der Neumond am 23. statt und dabei wird der Uranus aktiviert. Ihr könnt den Neumond nutzen, um über wichtige anstehende Veränderungen in eurem Leben nachzudenken, besonders wenn sie mit eurer Wohn- oder Familiensituation zu tun haben. Nicht immer sind diese Veränderungen freiwillig und angenehm. Auf manches müsst ihr euch einfach einstellen, weil es sich aufgrund äußerer Umstände ergibt. Zum Glück bilden Venus und Mars während dieser Tage günstige Aspekte, so dass ihr mit Unterstützung rechnen könnt. Zum Tanz in den Mai geben die Sterne ja Anlass zur Hoffnung, dass wir vielleicht schon wieder feiern dürfen und wenn es so kommt, dann lasst ihr euch das nicht zweimal sagen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Wie geht's euch? Die Anwesenheit von Neptun in eurem Zeichen lässt zwar einerseits eure Fantasie und euer Charisma blühen und gedeihen, kann aber andererseits die Immunabwehr schwächen. Jetzt im April müsst ihr noch mal aufpassen, dass ihr euch keinen Ansteckungsgefahren aussetzt. Der Mars im Wassermann steht beim Fische-Kollektiv im 12. Haus und kann versteckte Feinde anzeigen und das können auch Krankheitserreger sein. Also gebt gut auf euch acht und meidet Ansteckungsgefahren. Und wenn ihr euch schlapp fühlt, achtet auf genügend Schlaf. Wie gesagt, das gilt für das Fische-Kollektiv und die Fische-Aszendenten. In eurem individuellen Geburtshoroskop kann sich das auch etwas anders ausprägen. Das kann man aber nur in einer persönlichen Beratung klären. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Geburtstagskinder vom 5. bis 13. März den Neptun jetzt direkt auf der Sonne stehen haben und deswegen besonders empfindlich sind. Am 3. April abends geht die Venus in die Zwillinge und bleibt dann dort aufgrund ihrer Rückläufigkeit für vier Monate. Sie aktiviert in der Zeit den privaten und Herkunftsbereich eures Horoskops. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass ihr am besten viel Zeit zu Hause verbringt und auch im Osterurlaub ganz happy sein werdet, euch in euren eigenen vier Wänden sicher zu fühlen. Finanziell und beruflich stehen die Sterne besonders günstig, falls ihr im IT- oder Internetbereich arbeitet oder auch, wenn ihr euch ein Homeoffice eingerichtet habt und jetzt Online-Medien nutzt, um eurem Beruf nachzugehen. Manche Fischegeborenen werden jedoch auch hart von der Corona-Krise getroffen, besonders diejenigen, die im Entertainmentbereich arbeiten und das sind ja viele. Falls ihr finanziell irgendwie in der Klemme seid, könnt ihr im April auch mal diskret bei Familienmitgliedern um Hilfe bitten. Das könnte funktionieren. In der Liebe gilt weiterhin, dass ihr sehr anziehend auf andere wirkt und dass man eure Nähe sucht. Es kann sich auch für euch ergeben, dass ihr Flirtkandidaten über Familienmitglieder kennenlernt. Oder ihr zieht in eine WG und da ist jemand, mit dem es funkt. Wenn ihr fest liiert seid, denkt ihr vielleicht darüber nach, mit eurem Schatz zusammenzuziehen. Und wenn ihr schon zusammen wohnt, dann könnt ihr euch bei gemeinsamen Aktivitäten rund um euer schönes Heim gut verbinden und habt wahrscheinlich viel Vergnügen in eurem gemeinsamen Schlafzimmer. Die Sterne begünstigen ruhige und kuschelige Ostertage für euch. Ihr braucht wahrscheinlich gar nicht viel zu tun, sondern bekommt einen netten Besuch, wenn möglich, oder reist vielleicht zu euren Eltern, wenn nicht die gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen dagegen sprechen. Ich würde mal sagen, wenn ihr direkt unter dem Neptun-Aspekt steht, solltet ihr tatsächlich besonders vorsichtig sein, je nachdem, wie dann die Lage ist. Direkt nach Ostern zeigt sich eine finanzielle Anspannung. Natürlich können das Ausläufer der Corona-Krise sein. Wenn es möglich ist, versucht in der Woche nach Ostern, das auszugleichen oder euch finanziell zu stabilisieren. Vielleicht habt ihr zum Beispiel noch Außenstände und könnt erst mal schauen, dass die bezahlt werden. Am 19. April um 16.45 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und aktiviert eure Lust zu lernen und Neuigkeiten auszutauschen. Dort findet auch der Neumond am 23. April statt und dabei wird der Uranus ganz stark aktiviert. Diese Zeit ist sehr inspirierend für euch und ihr solltet euch ein Notizbuch bereitlegen, um eure Einfälle gleich festzuhalten. Besonders wenn ihr mit Texten und Neuigkeiten arbeitet, zum Beispiel als Blogger oder Journalisten oder wenn ihr einen Podcast habt oder ähnliches, könnt ihr für das ganze Jahr neue Ideen zusammentragen. Ist auch ein toller Neumond für originelle Liebesbotschaften und um über eine Flirt-App neue Leute kennenzulernen. Oder um im folgenden Mondzyklus ein neues Online-Produkt an den Start zu bringen. Am 27. April geht dann auch der Merkur in den Stier und lässt eure guten Ideen weiter blühen und gedeihen. Falls ihr gerade an ein Buch schreibt, werdet ihr bis Mitte Mai große Fortschritte erzielen. Zum Tanz in den Mai empfehlen euch die Sterne, es überschaubar und privat zu halten. Und hier kommen die Infos rund um meinen Service und was ich in der nächsten Zeit noch alles mit euch vorhabe. Aktuell wichtig für euch ist mein neues Produkt mit dem Vital-Status. Da bekommt ihr einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsaspekte, die im Moment in eurem Horoskop wirksam sind und außerdem Tipps für Homöopathie, Bachblüten und Schüßlersalze, die diesen Aspekten entsprechen. Weiterhin könnt ihr natürlich gerne eine Beratung im Gespräch bei mir buchen. Und alternativ könnt ihr auch eine Jahresvorschau oder ein Partnerhoroskop bei mir bestellen und zwar als computerbasierte PDF-Horoskope. Das kann eine gute Alternative zur Beratung sein, aber darin kann ich natürlich nicht auf spezifische Anliegen eingehen. Dafür gibt es dann eben das persönliche Gespräch. Alle Beratungen und PDF-Horoskope findet ihr auf meiner Homepage oder ihr ruft bei meiner Assistentin an und die Infos, wie ihr uns erreicht, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist am 30. März um 21 Uhr. Dann gibt es die nächste Folge unserer beliebten Reihe Wer passt zu wem? Diesmal wer passt zum Powerzeichen Witter? In der Sendung könnt ihr auch ein Horoskop gewinnen. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, meldet euch bitte an und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dasselbe gilt auch für den darauf folgenden Termin. Der ist am 24. April um 21 Uhr. Da machen wir dann Wer passt wie zum sinnlichen Stier. Jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Im April versprechen die Sterne schöne Liebes- und Partnerschaftstendenzen, die aufbauend und wohltuend wirken. Deshalb verlose ich noch mal ein Partnerhoroskop mit 10 bis 15 Seiten Infos zu den Aspekten, die zwischen euch und eurem Herzensmenschen wirksam sind. Wenn ihr mitmachen wollt, dann postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten konstruktiven Kommentar. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal und vergesst auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigungen zu aktivieren. Dann werdet ihr nämlich automatisch informiert, wenn ich neue Aktivitäten auf YouTube laufen habe. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media weiter. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch mein Video Tipps aus der Astromedizin. Lilith und Chiron lernt ihr hier näher kennen. Lilith im Widder und nach wie vor gültig Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!